Die heutige Eiffelor ist 1961 vom Opa Peter gegründet worden. Ich war immer ein miserabler Fotograf, hat aber nicht eine solche Rolle gespielt. Die Mama dafür umso besser und mir sehr viele schöne Fotos ankehren aus unserer Kindheit. Die Samensetzung des Namen Eiffelor kommt aus drei Firmen. Das ist der Fotolaberclub SA, der Fotocolor Kreuzlingen AG und der IFI OÜ. Wir stehen für einfache und inspirierende Produkte und bringen diese mit unserer Fotokompetenz zum Kunden heim. Bis zum nächsten Mal.